Christoph Matschie ist ein deutscher Politiker der SPD. Er war von 1999 bis 2014 Landesvorsitzender der SPD Thüringen und war in einer Koalition mit der CDU von 2009 bis 2014 Thüringer Kultusminister und stellvertretender Ministerpräsident. Zuvor war er von 2002 bis 2004 parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung und von 2004 bis 2009 Vorsitzender der SPD-Fraktion in Thüringer Landtag. Ausbildung und Beruf Nach dem Besuch der Polytechnischen Oberschule in Schwarzer absolvierte Matschie eine Berufsausbildung mit Abitur zum Mechaniker in Zellamilis. Später arbeitete er als Krankenpflegehelfer an der Medizinischen Akademie Erfurt. Anfang der 1980er Jahre engagierte er sich in der unabhängigen Friedensbewegung im Montagskreis Suhl und in der Friedensgemeinde Jena. 1984 begann er dann ein Studium der Theologie in Rostock und Jena, welches er 1989 als Diplomtheologe beendete. Politische Karriere Im Oktober 1989 trat Matschie in die SDP der DDR ein. 1989 war er Vertreter der SDP am zentralen Rundentisch der DDR. Von Januar bis September 1990 war er Mitglied im Vorstand sowie von Februar bis September 1990 auch im Präsidium der SPD der DDR. Von 1990 bis zum 1. Juli 2004 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Hier war er in der 14. Wahlperiode Mitglied im Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion. Von November 1998 bis Oktober 2002 war er Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. In der 15. Wahlperiode war er mit 44,4% der Stimmen direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Jena, Weimar, Weimarer Land. Seit 1996 ist Matschie Mitglied im Landesvorstand der SPD in Thüringen. Im November 1999 wurde er zum Landesvorsitzenden der SPD Thüringen gewählt, nachdem Richard Davis von diesem Amt zurückgetreten war. Im November 2001 wurde Matschie in den SPD-Bundesvorstand gewählt. Seit November 2005 gehört er dem Präsidium der Bundes-SPD an. Vom 22. Oktober 2002 an war er parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung. Am 24. Juni 2004 gab er seinen Rücktritt von diesem Amt bekannt, um sich der thüringischen Landespolitik zu widmen. Bei der Thüringer Landtagswahl 2004 trat Matschie erstmals als Spitzenkandidat seiner Partei an. Bei dieser Wahl verlor die SPD 4 Prozentpunkte und sagte mit 14,5% der Stimmen auf einen historischen Tiefststand in Thüringen ab. Demgegenüber erreichte die CDU unter Dieter Althaus 43% der Stimmen und eine absolute Mehrheit der Mandate. Die PDS erreichte mit 26,1% der Stimmen den zweiten Platz. Matschie wurde im neuen Landtag Vorsitzender der SPD-Fraktion. Am 24. Februar 2008 wählten ihn die Mitglieder der Thüringer SPD mit 71,6% der Stimmen zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2009. Sein Gegenkandidat Richard Davis erhielt 27,0%. Kernthema der Kandidatenwahl war die Frage gewesen, ob die SPD, da sie bei den letzten beiden Landtagswahlen schlechter als die PDS abgeschnitten hatte, sich an einer Koalition unter einem Ministerpräsidenten der Linkspartei beteiligen sollte. Davis befürwortete dies im Gegensatz zu Matschie, der in einer möglichen Koalition mit der Linken das Ministerpräsidentenamt für sich beanspruchte. Bei der Landtagswahl am 30. August 2009 machte die SPD zwar die Verluste der letzten Landtagswahl wieder wett. Jedoch erreichte sie mit 18,5% der Stimmen wiederum nur den dritten Platz hinter der CDU und der Linkspartei. Bei dieser Wahl kehrten FDP und Bündnis 90 die Grünen in den Landtag zurück. Matschie selbst gewann den Wahlkreis Jena ihr als Direktkandidat seiner Partei. Zuletzt hatte die SPD bei der Landtagswahl 1994 Direktmandate gewonnen. Die CDU verlor ihre absolute Mandatsmehrheit und erreichte auch mit der FDP zusammen keine Mehrheit. Ein Bündnis zwischen SPD und Linken hätte eine knappe Mehrheit von 45 von 88 Mandaten bzw. unter Einbeziehung von Bündnis 90 die Grünen 51 von 88 Mandaten erreicht. Matschie bekräftigte jedoch nach der Wahl den Spitzenkandidaten der Linken, Bodo Ramelo, keinesfalls zum Ministerpräsidenten zu wählen. Während die Linke das Ministerpräsidentenamt als Stärkere der beiden Parteien für sich beanspruchte. Nachdem die SPD unter Matschie in den Wochen nach der Wahl sowohl mit Grünen und Linken als auch mit der CDU Sondierungsgespräche geführt hatte, entschied der SPD-Landesvorstand in der Nacht zum 1. Oktober 2009 Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufzunehmen. Matschie begründete dies damit, dass die Gespräche mit der Linkspartei und den Grünen gescheitert seien. Für diese Entscheidung wurde Matschie auch aus der eigenen Partei heftig angegriffen. Insbesondere da die SPD gerade wenige Tage zuvor in der Bundestagswahl 2009 zweistellige Verluste erlitten und nun eine öffentliche Debatte über eine Neuorientierung der Parteien nach links eingesetzt hatte. Am 30. Oktober 2009 wählte der Thüringer Landtag die neue CDU-Landesvorsitzende Christine Lieberknecht zur Thüringer Ministerpräsidentin. Im Kabinett Lieberknecht, dessen Mitglieder am 3. November 2009 vorgestellt wurden, erhielt Matschie das Amt des Thüringer Kultusministers und die Funktion des Stellvertreters der Ministerpräsidentin. Im Dezember 2010 wurde auf seine Initiative hin ein neues Thüringer Schulgesetz verabschiedet, das die Einführung der Gemeinschaftsschule vorsieht. Für die Landtagswahl 2014 einigte sich die Thüringer SPD auf Heike Taubert als Spitzenkandidatin. Bei der Wahl erhielt die SPD nur noch 12,4 Prozent der Stimmen, Matschie selbst verlor sein Jena-Direktmandat und erhielt in seinem Wahlkreis Jena eh nur noch die viertmeisten Stimmen. Einen Tag nach der Wahl erklärte er, nicht mehr für den SPD-Landesvorsitz kandidieren zu wollen. Sein Nachfolger wurde Andreas Bausewein. Die SPD ging erstmals eine rot-rot-grüne Koalition unter Führung der Linken ein. Im Kabinett Ramelo, das am 5. Dezember 2014 ernannt wurde, wurde Matschie nicht wieder als Minister berufen, stattdessen sollte er anstatt des erst kurz zuvor gewählten Matthias Hey erneut den Vorsitz der SPD-Landtagsfraktion übernehmen. Nach innerparteilichen Auseinandersetzungen um diese Frage erklärte er jedoch wenige Tage später auf eine Kandidatur für dieses Amt zu verzichten. Familie Christoph Matschie ist der Sohn eines Pfarrers und einer Krankenschwester. Er ist geschieden und hat drei Kinder. Matschie wohnt in Jena. Er ist geschieden und hat drei Kinder.